Herzlich Willkommen zu meinen Videos zum Buch von Francis Fukuyama Identität, wie der Verlust der Würde unsere Demokratie gefährdet. In diesem ersten von sieben Videos gehe ich einmal auf die Person Francis Fukuyama ein und in den restlichen Videos geht es dann um das eigentliche Buch, das ich euch dann näher bringen möchte, was vom Inhalt her glaube ich sehr bemerkenswert ist. Ich stimme nicht in allen Punkten mit Francis Fukuyama ein, aber er bringt sicherlich einiges mit, was man in der momentanen politischen Diskussion ganz gut verwenden kann. Zur Person Francis Fukuyama, der Politikwissenschaftler und Historiker Francis Fukuyama wurde 1952 als Sohn japanischer Einwanderer in den USA geboren. Francis Fukuyama unterrichtet an der bekannten OS-Universität Stanford als Professor der Politikwissenschaften. Einem größeren Personenkreis bekannt wurde Francis Fukuyama insbesondere durch seine beiden Bücher Ende der Geschichte und Identität. Das Buch Ende der Geschichte, wo stehen wir, entstand ursprünglich aus einem Aufsatz, der 1989 von Fukuyama verfasst wurde. Das Buch Ende der Geschichte wurde 1992 erstmals veröffentlicht. Die Entstehungszeit seines Werkes in den Jahren um 1990 wurde geprägt durch den Fall der Berliner Mauer 1989, das Ende des Kalten Krieges, den Niedergang des Kommunismus in Osteuropa und einem damaligen Trend zur Demokratie, der aufgrund der Demokratisierung vieler Staaten dazu führte, dass die damalige Anzahl der Diktaturen weltweit abnahm. Der Titel Ende der Geschichte, des ersten der beiden bekannten Bücher Fukuyamas, ist als Frage zu verstehen und sollte deshalb sinnvollerweise besser Ende der Geschichte? Der Name seines Werkes bezieht sich auf den damaligen Niedergang des Kommunismus in Europa und das von kommunistischen Denkern bis dahin angenommene Geschichtsverständnis, laut dem die menschliche Geschichte als zielgerichtete Entwicklung beschrieben werden könne. Die Kommunisten meinten damals, die von ihnen vertretene Politik, also der Kommunismus, sei der wirtschaftliche und politische Höhe und Endpunkt der menschlichen Geschichte. Im Gegensatz dazu meint der Fukuyama, dass die moderne Demokratie mit dem Kapitalismus bzw. der Marktwirtschaft als Wirtschaftsform würde den Höhepunkt der Entwicklung darstellen, da die Demokratie die moralisch beste Regierungsform sei. Und Fukuyama bezeichnete damals die Demokratie als letzte Entwicklungsstufe. Mehr als 25 Jahre nach der Veröffentlichung seines Buches Ende der Geschichte, also heute, geht Fukuyama davon aus, dass der Kapitalismus letztlich zu einer sehr ungleichen Verteilung des Wohlstandes geführt hat und besser kontrolliert werden müsse. Darüber hinaus sei auch eine Überwachung und Beschränkung technischer Möglichkeiten wie dem Internet notwendig, damit dem Funktionieren von demokratischen Gesellschaften weiterhin ermöglicht werden könnte. 2018 veröffentlichte Fukuyama sein Buch Identität, wie der Verlust der Würde unserer Demokratie gefährdet. Deren wesentliche Inhalte hier jetzt in diesen folgenden sechs kleinen kurzen Videos thematisiert werden soll. Er beschäftigt sich darin unter anderem mit möglichen Ursachen einer weltweiten Rückentwicklung der Demokratie. Danke für deine Aufmerksamkeit bei diesem ersten Video über Francis Fukuyama und wir hören uns dann und sehen uns dann im zweiten Video mit dem Thema weltweite Verbreitung der Demokratie seit 1970 in Zahlen. Amen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020